Da werden wir ja wohl irgendwas zusammenschneiden können, oder? Ich liebe Fußball, mir macht Fußball Spaß, deswegen glaube ich, werde ich irgendwie immer dem Fußball treu bleiben und halten bleiben. Zurück zum Kapitän Philipp Lahm, Spitzerwinkel, 1 zu 0 durch Philipp Lahm! Eine Minute, 42 Sekunden gespielt! Hereingabe Ribéry 1 zu 0! Die Führung von den FC Bayern München! Ich glaube, wir einig, oder was? Ein Wunschgebiet! Der Ball kommt zu Philipp Lahm, was macht er? Philipp Lahm mit dem Ausgleich! Langer Ball von Philipp Lahm auf Marc van Bommel und René Adler zu spät raus sind, da der Ball im Tor! Langer! Klage nach innen! Philipp Lahm mit der Möglichkeit! Philipp Lahm mit dem Dropkick ins Glück! 1 zu 0! Das Trikot anhaben zu dürfen, das Bayern-Trikot in den Spielen, die Bayern-Klamotten zu bekommen auch, das war was ganz Besonderes! Philipp Lahm! Oh, ein klasse Tor! Ein Tor, wie es nur Miroslav Klose erzielen kann! Vergessen wir die Flanke von Lahm nicht, die war klasse! Das ist es! Let's take this thing higher! Higher than you ever been! No stop that tall like Everglis! My man, we gone! It's time to go! Let's take this thing! Let's take this thing higher! No stop, it's time to go! We're going higher than this! My man, we keep running! Ain't no calling to quiz! Look at the time of the risk! Ain't no time to co-exist! I won't more than what they love for! Mahmati Mbadiatzi, Dimitri! Back in top! Taking it higher, higher than so-play! Words of the wise, never be okay! With mediocrity do better than no day! Breeze! Breeze! Absolute legend for this amazing guy. He is! He was a fantastic professional! Strong character! Fantastic quality! Really humble man! My parents are still here! I grew up here in this club! I play football since my fourth life and of course through my parents and my father, who also played in the club! It made Bayern very clever, to become a young player in 63.000 people in the Olympiastadion. He was a young player! They threw the ball out of the club and threw the ball out! For me it was clear, he was the best player, who I had since 17 years old! There was no better player! He is actually, I must say, the perfect captain! He is an Eigengewächs, he is a Bayern, he is even a Münchner and he is a klug and intelligent man! He is a winner! Yeah, yeah! I really feel it's my time I think it's my year! Yeah, yeah! Kapitän zu sein! Bei so einem Verein dann noch mein Heimatverein! Ja, großes Gefühl. Wir brauchen von mir nicht zu viel erwarten in Sachen Torgefahr, also das überlasse ich dann doch meinen Mannschaftskammeraten. Orben und Lahm, diesmal kriegt er den Ball, Philipp Lahm. Die Flanke gut nach innen, Lewandowski, 2 zu 1, tolle Flanke von Philipp Lahm und toller Kopfball. Lahm, der mit der weiten Flanke und da ist Arjen Robben völlig frei. Lahm klasse, Lahm läuft vorbei, hat Platz zum Flanken, schaut auf, da ist der Ball im Tor, Mario Gomez macht das 2 zu 1. Riesenaktion von Philipp Lahm, der Kapitän hat es umgerissen und das war so wichtig. Der eingewechselte Thomas Müller und der müllert ihn rein, Flanke Lahm. So wie man ihn kennt, wie er mit dem Ball umgeht, ist unglaublich, kalt wie eine Hundeschnauze vorm Tor. Musik das Spiel vor sich, aber im Mittelfeld ist man halt in der Zentrale quasi, also deswegen man hat ein bisschen mehr Ballkontakte und ja, ist anders einfach, also deswegen, mir gefällt beides sehr, sehr gut und ich habe kein Problem beides zu spielen. 1 . 3. So kenne ich meine Heimatstadt und so liebe ich meine Heimatstadt. Klar, dass die drei von der Tankstelle schon wieder draußen sind.